Genau in der Corona-Zeit ist ein gutes Immunsystem sehr wichtig, damit der Körper sich gegen Viren und Bakterien wehren kann. Bei der Stärkung der eigenen Abwehr spielt die Ernährung eine große Rolle. Viele Menschen setzen daher inzwischen auf Ingwer. Du kannst Ingwer nicht nur zur Verfeinerung beim Essen hinzufügen, sondern auch die vielen gesundheitlichen Vorteile beim Verzehr der Ingwerwurzel genießen. Nicht umsonst wird der Ingwer immer beliebter und auch gegen manche Krankheiten eingesetzt. Einige der gesundheitlichen Vorteile des Ingwer stellen wir Dir in unserem heutigen Video vor. Wenn Dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir zukünftig für Dich hochladen. Nummer 1 – Ingwer gegen Reiseübelkeit Wer an Reiseübelkeit leidet, sollte unbedingt Ingwer ausprobieren, denn Ingwer hat eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Auch gegen Magen-Darm-Infekte kann der Ingwer Abhilfe leisten. Egal ob Durchfall, Erbrechen oder Bauchschmerzen, Ingwer kann schnell die Symptome lindern. Daher solltest Du bei solchen Symptomen als erstes zum Ingwer greifen und ausreichend über den Tag verteilt zu Dir nehmen. Dann kann Dein Körper sich viel schneller von lästiger Übelkeit oder Erbrechen erholen. Nummer 2 – Ingwer hilft bei Diabetes Ingwer kann auch bei Diabetes wahre Wunder bewirken, denn die in Ingwer enthaltenen Gingerole unterstützen, erhöhte Blutzuckerwerte wieder in den Normalbereich zu bringen. Ingwer kann nämlich die Zufuhr von Glucose in den Muskeln vorantreiben. Daher ist der Ingwer für Diabetiker besonders interessant. Diese sollten Ingwer ebenfalls täglich verzehren, um ihre Blutzuckerwerte in den Griff zu bekommen. Nummer 3 – Stärkung des Immunsystems Wie bereits eben schon erwähnt, kann Ingwer auch vor Erkältungen vorbeugen, da es das Immunsystem unheimlich stärkt. Gerade wenn es gegen Herbst und Winter zugeht, sollte man zur Prophylaxe Ingwer verzehren, um von einer Erkältung verschont zu bleiben. Ein gutes Immunsystem kann nämlich Infekte abwehren. Doch auch wenn du schon erkältet bist, kann Ingwer die Erkältungszeit verkürzen, sodass dein Körper schnell wieder fit ist. Nummer 4 – Abnehmen durch Ingwer Ingwer hat so viele gesundheitliche Vorteile, denn du kannst durch Ingwer sogar an Gewicht verlieren. Ingwer aktiviert nämlich den Stoffwechsel. Dadurch verbrennt der Körper mehr Kalorien am Tag und du verlierst nachhaltig an Gewicht. Nummer 5 – Ingwer als natürliches Schmerzmittel Viele Menschen leiden an Arthrose und Arthritis und klagen deshalb über Schmerzen in den Muskeln und Gelenken. Ingwer dient hier als natürliches Schmerzmittel, denn es kann Schmerzen um einiges verringern. Die antientzündlichen Effekte, die Ingwer hat, kann langfristig gut gegen diese Krankheiten eingesetzt werden. Eine dauerhafte Einnahme von Ingwer lässt die Arthrose-Patienten weniger Schmerzen empfinden und dadurch auch beweglicher werden. Nummer 6 – Ingwer auch gegen Mundgeruch Ein besonderer Nebeneffekt von Ingwer ist, dass es auch gegen lästigen Mundgeruch eingesetzt werden kann. Der Inhaltsstoff, Gingorol, der dem Ingwer auch die Schärfe gibt, ist dafür verantwortlich, dass die Atemluft um einiges verbessert wird. Schlecht riechende Verbindungen werden durch Ingwer abgebaut. Ingwer kann also auch auf natürliche Weise schlechten Atem vorbeugen. Diese ganzen Vorteile hat der Verzehr von Ingwer. Daher ist es empfehlenswert, dass du Ingwer täglich isst. Unser heutiges Fazit Du solltest auf jeden Fall Ingwer zu dir nehmen, denn die gesundheitlichen Vorteile sind enorm. Ein paar Gramm Ingwer am Tag reichen schon aus, um diese vielen Vorteile genießen zu können. Du wirst im Winter nicht so anfällig für Erkältungen werden und du kannst auch gegen bestimmte Krankheiten mit Ingwer gegensteuern. Daher solltest du Ingwer am besten täglich verzehren, damit du die Veränderungen im Körper spürst. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen! Vielen Dank! Vielen Dank! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.